Im Dialog Wandscheibe im Register Darstellung und Grundriss können Sie im Bereich Wandfarbe und Schraffur die Darstellung der markierten Wandscheibe abweichend vom Standard einstellen. Sie können sich für eine Standard- oder farbige Darstellung entscheiden und haben über Farbwahl die Möglichkeit, jede beliebige Farbe zu definieren. Sie können ebenfalls die gewünschte Schraffur aus den zur Verfügung stehenden Varianten entsprechend auswählen und wenn Sie OK sagen, wird die Darstellung für die entsprechende Wand übernommen. Beachten Sie bitte, dass die Darstellung nur für die markierte Wand übernommen wird und die Wände auf Gehrung geschnitten sind. Wenn Sie im Register Darstellung und Grundriss dann die Schaltfläche zurücksetzen betätigen und das Ganze mit OK bestätigen, wird die Darstellung der Wandscheibe wieder auf den Standort zurückgesetzt. Beachten Sie bitte, dass die im Register Darstellung und Grundriss vorgenommenen Änderungen für andere Wandscheiben übernommen werden können, wenn dies im Register allgemein unter Wandeigenschaften übernehmen eingestellt ist. Wenn Sie dies tun, gilt diese Definition für alle Wandscheiben des gleichen Typs. Das gleiche gilt auch, wenn Sie hier wieder auf Zurücksetzen gehen und im Register allgemein die Darstellung übernehmen eingestellt ist. Auch dann werden diese Zurücksetzen-Informationen für alle Wandscheiben übernommen. Beachten Sie bitte, dass diese Darstellung im Grundriss nur dann verwendet wird, wenn die Höhe der Wand oberhalb der Grundriss-Schnittachse liegt. Das heißt also, bei diesen Wandscheiben hier für eine Attica-Aufkantung würde eine Veränderung dieser Darstellung, die wir hier einstellen, nicht zu einer anderen Darstellung im Grundriss führen, weil diese unterhalb der Schnittkante liegt. Die Darstellung im Grundriss-Schnittkante-Aufkantung für alle Wandscheiben der Darstellung im Grundriss-Schnittkante-Aufkantung für alle Wandscheiben der Darstellung im Grundriss-Schnittkante-Aufkantung. Die Darstellung im Grundriss-Schnittkante-Aufkantung für alle Wandscheiben der 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 Darstellung im Grundriss-Schnittkante-Aufkantung.